Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Ori and the Blind Forest So, wir tragen jetzt hier unser Ding und können leider nur ganz normal hüpfen Okay Jetzt sind wir hier Nein, 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 nein Oh, okay, das war jetzt schlecht Okay, wir brauchen da mehr Was hier alles immer so knatscht, Mensch Irgendwie ist der kaputt Au, au, wieso konnte ich mich gerade nicht mehr bewegen? Was war das denn für ein Quatsch? Aha Aber unsere Kugel geht noch, also Unsere Kugel sei schon Falls dort Feinde sind, können wir die besiegen Ja Schon mal sehr gut Lauf, 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 lauf Oh mein Gott We made it Au, das tat noch weh Okay, kurze Zwischenpause Wir haben es geschafft Wir haben das auch geschafft So So Leid Leid Ich suche, ich suche, Dennis So Oh dunst oder der schlüssel zu den elends ruinen das krumm segel wurde gefunden was das krumm segel gefunden mit diesem schlüssel kannst du die elends ruinen das element des wassers findet sich in den elends ruinen südlich von hier es ist nicht allzu weit ich kann dir den weg zeigen das geht ja du das geht ja neues ziel betritt die elends ruinen und stellen wieder hermangel ich kann heute kein deutsch jetzt sieht man wo man war wieso ist der noch ein fähigkeitsding und das haben wir nicht wieso laufen wir jetzt noch mal zurück ich würde ja ja sagen weil sonst ärgern wir uns am ende wieder so au kommt er mich jetzt echt gerade immer noch zu so jetzt sind wir schon hier ja da oben ist ja nichts mehr nein okay das habe ich das haben wir jetzt gerade auch nicht gecheckt dass da sowas ist okay es ist in der hintersten ecke sehr unglaublich wie haben wir das denn nicht bekommen frage ich mich so Wieso? Come on. So. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Und jetzt kommen wir hier nicht hoch. Verdammt. Wie machen wir das jetzt? Warte, gibt es hier eine tolle... Okay, erstmal Zwischensprache und so. Gibt es hier eine tolle Fähigkeit? Wir machen mal das. So. Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit. Oh, das bringt uns gerade nichts. Ist das assi jetzt gerade? Nein, das wollte ich nicht. Komm her. Komm her, mein Krötenfreund. Komm her. Komm her. Okay. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Du hast eine Fähigkeitszelle gefunden. Das war jetzt richtig dumm. Verruhig dich. Oh, die verruhig dich. Ey, ist das jetzt dein Ernst, Anni? Ich will diese Fähigkeit zerlehrt. Come on. Los. Geh mal nach da hinten, mein Freund. Geh mal nach da hinten, mein Freund. Ich will diese Fähigkeitszelle. Now we made it again. Sehe ich keine Fähigkeitszelle. So. Zweichen. Jetzt können wir wieder zurück. Das ist eigentlich ganz lustig. So. Lalalalalalalala. So. Wie viel schneller wir jetzt sind. So. Du interessierst mich schon gar nicht. Au. Au. Und du auch nicht. Und du auch nicht. So. Ha, 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 ha. Sehr gut. Ah, jetzt ist er wieder da. Ist das dein Ernst? Okay. So. Gleich an. Zack. Zack. Au. We made it, Leute. Ha, ist das toll. Ist das nicht toll? Endlich haben war es hinter uns. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hallo. Wo sind wir? F. So. Ne, das andere F. Zack. Wie kommen wir jetzt da hin? Ja. Wie kommen wir jetzt da hin? Ist ja ein bisschen... Um Orsch. Hier waren wir... Hier gibt es ja nichts. Hier ist Kante. Oder da. Müssen wir jetzt da lang? Nein? Was wollte ich denn? So, okay. Ja gut, dann sehen wir ja, wo wir hin müssen, ja. Hier oben sind wir. Da unten ist unser neuer Punkt, wo wir hin müssen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sehen wir uns. Tschüss. Tschüss. Ja gut. Tschüss. �